3, Lamberts, Neuzugang aus Düsseldorf, Verinen, Neuzugang aus Dortmund, Aosmann, Neuzugang aus Regensburg. Nicht überhaupt nicht, wieder Dynamo, wieder Dynamo und wieder, ist er drin. Es spielt nur Dynamo und es trifft auch nur Dynamo, 13-0 Justin Eilers. Verinen, klasse Kopfballablage für Eilers. 64. Spielminute. Wird es wenigstens, der eine Punkt. Flach in die Mitte. Es gibt Testro nicht mehr her. Der Pass von Lamberts ist perfekt geteilt. Dynamo Dresden spielte weiter auf Sieg und wurde drei Minuten vor dem Ende belohnt. Mittlerweile Wehrönen und Eilers bei Schwarz-Gelb dabei. Aosmann aber war es, der am schnellsten schaltet beim Abfekt. Testro, Lamberts, Aosmann und da ist am Ende Justin. Führung, wunderbarer Pass von Stefaniak, Formsache für Eilers. Sein fünfter Treffer schon im... Ging aber nicht. 85. Minute, Hefele wuchtet die... 87. Minute. Der Siegtreffer durch den, der den Elfmeter verursacht hatte. Dynamo, 71. Stefaniak. Und da ist Lumpi, Lamberts. 90. Spielminute. Justin. Eilers. Isaac. Der Scherer. Und jetzt die Möglichkeit. Fütter ist gut. Müller auf Eilers. Eilers ohne Bedrängnis. Ein mageres Pünchchen. Sechste Spielminute. Kopfball. Hefele. Und das 2 zu 0 obendrauf. Pass für eine Anfangsphase. Kopfball des Rot. Nächste Aktion. Stefaniak schickt Eilers. Eilers mit der Übersicht für Aosmann. Senkt. Und heute? Geht's auch unten links. Stefaniak. Eilers. 1 zu 0. Stefaniak wirft Wehrönen an. Wehrönen. Immer noch Wehrönen. Und dann. Und dann. Gefordert. Die anschließende Ecke durch Stefaniak. Und da ist er. Da ist Justin Eilers. 1 zu 0. Für die klasse Spiel. Und diesen Freistoß von Stefaniak. Und Michael Hefele mit dem 2 zu 0. Raus zu Niklas Kreuzer. Und in der Mitte. Ticacchi. 1 zu 0. Erste Spielminute. Stehen wie ein Schuljungen. Geht prima zur Grundlinie. Und findet. Hefele. Marvin Stefaniak. Und er findet Pascal Testro. 3 zu 0. Ticacchi. Wieder Eilers. Macht er sein Tor? Nee. Aber da will Luppi. Dynamo. Das macht Stefaniak. In der Mitte. Hartmann. Der wird 2 Meter vor dem Tor nicht gestartet. Ausmann. Ausmann auf Testro. 0 für Dynamo. 0 für Dynamo. Der läuft zu auf Raphael Ticacchi. Die schützen die Frage. Und dann. Und dann. Irgendwie geht der Ball rein. Zu viel Platz hat. In Ruhe flanken kann. Und Testro. Kommt. Und da ist Modica. Das ist die Antwort. Das ist das Tor. Der Ausgleich. Kurz verholt. Gelten erfolgreich abgeschlossen worden. Gestern. Wie hielt Lamberts die Übersicht? Und Testro. Knall. Dreistoß Stefaniak. Und jetzt zählt nur der kollektive Wille. Kopfballtor. Nein. Kreuzer. Schuss. Tor. Wieder nicht. Aber jetzt Eilers. Dezember hat aber immer noch Probleme in der Abwehr. 20. Minute. 1 zu 0 für Dresden. Für Freunde der Statistik sei noch erwähnt, dass Dresden durch ein Kopfballtor von Hartmann. Justin Eilers. Modica. Und da ist Achtung. Testro. Das Dresdner Spiel sehr variabel. Auch Standards sorgten für Gefahr. Stefaniak. Wieder Kopf. Wieder Fuß. Wieder Tor. Und dann diese Flanke. Und das ist der schließende Eckball. Marvin Stefaniak. 14 Torvorlagen hat er schon. Und das ist die 15. Vielleicht hat der ja eine Idee. Ja, der hat eine Idee. Rauf auf Kutschke. Rein ins Tor. Stefaniak trippelstark und passt genau auf A. Osman. Keine 7 Minuten gespielt. Und Dresden lief vor Ende der ersten Halbzeit. Doch nach diesem geradlinig gespielten Angriff jubeln erneut die Dresdner. Und der. Und der. Sieht da aus. Mann. Und der macht 1 zu 0. Auf Testrot. 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 Vorbei. An Pockenburg. Ins Tor. 2 zu 0. Ganz starkes Spiel. Testrot. Dann Eilers. Eilers. Der Steilpass von Lamberts kommt an. Und vorn ist sich der Stürmer-Duo einig. So fällt das 1 zu 0. Pass nach vorn auf Testrot. Und der macht das clever und abgebrüht. Pascal Testrot mit seinem 17. Treffer. Dynamo hat auf Auen und... ... und führt direkt diesen Freistoß aus. Erste Ballberührung. Stefaniak. Erdmann hilft hinten mal aus. Und dann ist da Justin Eilers. Auf den eingewechselten Kutschke. Stefaniak. Und dann steht 2 zu. Marvin Stefaniak. Und diesmal findet er den Kopf von Eilers. Die Führung für Dresden. Sucht gleich den Weg Richtung Tor. Abgefangen. Testrotz. Ab in den Winkel. 2-0 die Entscheidung gelassen. Zunächst. Aber jetzt läuft es über Holthaus. Testrotz. Und ein halbes... Wieder läuft es über Ausmann. Testrotz direkt weiter auf Justin Eilers. Kein Abseits. Eilers. 2 zu 2. Erdmann hat alle Zeit zum Flanken. Kutschke. 1 zu 3. Moll. Herrlich gesehen. Eilers startet. Ist durch. Justin Eilers wartet schön lange. Bis Kolke unten ist. Und dann... Funk an der Grundlinie. Blick zurück. Stefaniak. Das ist einfach großartig gespielt. Eckball Dresden. Hefele mit dem Rücken. Moll. Niklas Hauptmann. Und Tim Werrühnen mit seinem 2. Saison. Dann Freistoß. Dynamo schnell ausgeführt. Aues Abwehr unsortiert. Kreuzer. Hefele. 1-0. Sport im Vorwärtsgang. Präzise Flanke auf Stefan Kutschke. 1-2. Oßmann und Müller wieder zu Kutschke, der diesmal ganz locker auf Torjäger Eilers ablegt. Saisontreffer Nummer 22. Stefaniak kommt nicht durch. Moll dagegen schon. Und solche Kisten macht ein Justin Eilers natürlich im Schlag. Stefaniak diesmal Freistoß. Und der passt. Traumtor. Der hat alle Zeit der Welt, sich der Form einen auszugucken. Er entscheidet.